Oh, ist immer noch auf Wrench, okay. Ein Summoner. Ich muss Flory, ist der Summoner, okay. Wain, guck mal mal, du kannst sogar schreiben. Ich mach mir an, was das zu toll ist hier. Das, was ist das? Das will ich auch haben. Das sind irgendwelche coolen Buffs. Ich weiß nicht, woher. Da muss ich mal zuhören. Unnötig, Mann. Was denn? Ich hab zu toll jetzt, hör mal. Ich hab mal Leute umrattern. Nee, das geht so nicht. Du hast jetzt deine Meinung vom Spiel ein bisschen verbessert, nachdem er in der Klasse nicht mehr shit ist? Ähm... Hallo, heilung. Hallo, heilung. Hallo. Hallo. Nice. Mega Stun. Ich muss noch zwei Quests machen, ey. Okay. Ach, ich glaub, dass mit dem mehr HP als Gegner, also mit dem Gegner mehr HP haben, das könnte anders sein. Das könnte schon im Baden liegen. Weil der seinen Tower beschwert, dass der da 9% HP hat, wenn du den aktivierst. Warum hat denn der aus meinem Team... Ach, der hat 47 und wahrscheinlich PvE-Gier. eh... aber... ...war hab ich denn solche nüsse. Was ist das? habe ich die vom stuhl gedreht der fliebe zu führen vertreten ich habe den deutschen jacke kalt glaube es das ist so fucking ich weiß nicht ob die ganze kürze wurde mit der mitschüsse so was aber lecker von der war ist so stark mit seinem scheiß ein nicht lang nicht lang nicht lang nicht schlecht ähm verlassen Oh, dann tut mir leid, dann lass uns gleich die Party liefen. Ja, das ist kein der Töpfer, das könnt ihr nicht wissen. Ja, der Bade ist echt stark im PvP. Da habe ich den in meinem Team, komischen Froschstüben. Ich habe endlich auch mal einen Bart, ich hoffe der ist jetzt auch gleich, was ist das denn? Um das Gleichgewicht willen können, bla bla bla, Ofen des Lebens, Sterblichkeit zum Wille erhalten. Das ist ganz schön stark, Bart hat einen Buff, damit du mehr HP kriegst. Krasses Ding. Das ist mit dem so einen gigantischen Ofen. Was schafft er da, das schaffe ich nicht an. Ui, was haben wir denn da? Kein Bade für mich, oder? Ui, warum bin ich unsichtbar? Ich bin aus dem Angebot unsichtbar. Habe ich wohl einen Bock gefunden. Charakterinfo. Doppelte Attacke, Herztod. Was sind das denn für Sachen? Wenn du ein Ziel angreifst, das schwebt, zu Boden fällt oder in der Luft getroffen wird, besteht eine zusätzliche Wahrscheinlichkeit von 20%. Wo aktiviert der das? Skimmer, Marco. Oh, okay. War das alle? Easy. Hat er richtig reingedrückt. Wir haben in meinem Team ein Schwertmage und ein Baden oder so. Nee, ist ein Summoner. 50. 51 hat er. Pay to one. Take buff, Movo. Oh, was bist du für ein Rookie. Drück doch F, ey. Spielst du jetzt zum ersten Mal, oder was? Was macht er? Seit wann bist du denn hier? Das ist doch eine Stunde. Laber doch nicht. Klar, hab dich gehört? Nee, ich hab keinen Entry gehört oder so. Boah. Ich mach PvP. Und Matlana? Ich hab auf jeden Fall Bock. Ticken, was macht Tina? Tina lernt grad Skills und sowas. Gibt's auch Highline PvP? Also in Arena? Ich hab's bis jetzt noch nicht gesehen. Es wär aber auch, glaub ich, ein bisschen extremst OP. Boah, ich mein, ich krieg dich ja schon im 1 gegen 1 nicht down. Ja, okay, aber wenn du mit dann... Gibt's ja im WoW auch. Triple Tideen kommen musst oder sowas. Da fährst du einfach den ersten Umgang, bevor der Heiler überhaupt richtig was machen kann. Aber gegen 1 Dede musst du dich dagegen... Falls Highline mit dem PvP gehen, musst du dich dagegen 1 Dede gegenhalten können. Weil wenn du das nicht kannst, was willst du damit mal Highline? Ja, ja. Ja, ist so ein... Nice, Wesi gewonnen. 11.000. Du glaubst, das sind keine echten Gegner bei dir oder was? Ich weiß nicht, wenn ich das wie Bots annäme. Ich hab'n Priester. Ach, ich hab'n wieder'n Legolas. Jungen, 1 von 10.000 nehmen, gönn dir mal'n Typ, Junge. 10.000? Ja. Das hab' ich noch nie gesehen. Also, wir sind ja alle immer so 8.440. Also, wir sind ja alle richtig gleich. Ja, 9.920. Okay, dann hat der... Der Säcker, Junge. Dann hat der aber ein richtig krasses Gear. Weil ich hab'n nämlich auch nur 8.440. Also, die haben alle gleich... Fast so wenig dann wahrscheinlich. Okay. Nice. Und das Gleichgewichtswillen können nicht alle Basis-Skills in Duellkämpfen, bla. Wer fügt was an, okay? So, wie krieg' ich euch jetzt... Ich muss mir ja wieder eine vernünftige Combo ausdrücken, aber irgendwie verkarrile ich die ganze Zeit. Einer von denen hat gequittet, oder? Ne, die hat's auch nicht mal gemacht. Ah, das sind die Todes-Spots, Mann. Pau, die fuck sind das alles-Spots. Alter, ist das eine Garbage-Klasse, ehrlich. Ok, das ist das... Vielen Dank.